was geht ab youtube und einen wunderschönen guten tag an alle zuschauer und abonnenten ich begrüße euch ganz herzlich zu weechop 2 ich habe eine traurige nachricht ihr seht es schon ich muss wieder bei null anfangen es tut mir sehr sehr leid ich ärgere mich selber darüber es ist halt so mein pc ist abgeschmiert meine festplatten sind alle abgeraucht ich musste alle ersetzen darauf war natürlich auch die spielsterne drauf deswegen wer mich bei instagram oder twitter oder facebook verfolgt weiß bescheid dass ich ziemlich probleme mit meinem pc hatte es tut mir sehr leid ich habe aber trotzdem weiterhin bock auf das game deswegen ist jetzt auch so lange zeit nichts gekommen wir werden auf jeden fall weitermachen fangen wir halt von vorne an was soll's kriegen wir alles wieder hin ich hoffe ihr habt immer noch bock auf dieses wunderschöne game weil ich feiere es immer noch übelst ach übrigens immer bei twitter und instagram vorbeischauen also in der video beschreibung würde ich mich über ein follow freuen so da kommt direkt opa heinz und der will hier bei uns dope kaufen ne opi oh und die leute sind wieder da jetzt kriegen wir natürlich wieder ziemlich wenig xp und geld was ich habe kein weed mehr schnell anpflanzen meine lieben freunde so erstmal wieder alles neu machen hier ja wir pflanzen mal ganz schnell hier weed an ja über tricks und tipps ihr wisst bescheid immer unten in die video beschreibung in die kommentare packen freue ich mich immer drüber ja jetzt schauen wir mal was so passiert jetzt hier ob wir diesmal vielleicht mal ein bisschen länger kriegen bleibst du noch vielleicht drei minuten hier vielleicht könnte auch scheiße könnten wir vielleicht hinkriegen schauen wir mal gut wir sind noch bei zwei minuten 33 wie sieht das mit wasser aus rechte maustaste war das muss erst mal wieder reinkommen lange zeit nicht gespielt jetzt haben wir glück jetzt kommt hier unser kevin kommt hier nicht mehr naja ich habe noch gar keinen stock für einen bitch slap ähm ne bad bro ok ähm gut wir müssen anpflanzen so wie viel geld haben wir denn 135 kriegen wir da vielleicht oh wir haben ja noch einen wir haben einen pro port alter nice läuft dann tun wir mal das wunderschöne haze hier an äh sehen oh ne jetzt hat der uns minus vier gegeben das ist mir ja noch nie passiert man 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 ja gut müssen wir erstmal ein bisschen äh gras wieder auf die tasche lagern meine lieben freunde ähm ich geh mal raus weil ich gucken will ob der kevin kommt aber der kommt ja noch nicht weil wir nicht so weit sind ne ähm gut wir müssen schauen ähm in eine minute 22 ist auch schon wieder was bereit ich kann dir leider nichts verkaufen alter es tut mir so leid leute hallo machst du hinter meinen tresen in einer minute leute da habe ich was für euch dann ist die plantage reif da müsst ihr halt noch ein bisschen euch eben gedulden das wird aber keine sorge ich bin dran ich bin dran 50 sekunden noch 50 sekunden einmal ruhig bleiben ich krieg euer dope ich krieg euer dope da kommt dann noch einer jetzt rennen sie mir die bude ein und ich habe keinen dope am start oh das king dope ist alle komm 35 sekunden noch leute 35 sekunden 30 sekunden noch 30 sekunden noch 35 sekunden noch 25 sekunden noch da kommt dann noch einer rein die rennen mir die bude ein und ich habe keinen dope in die tash warte äh du warst als längster hier komm komm geh doch bitte weg nein wir hauen ab ey fast was ist denn jetzt hier fast ja komm schon ich hab schon wieder kein Weed. Da fährt mir was ein, ich muss die Musik ausmachen. Sonst kriege ich wieder Copyright-Probleme hier. Was? Fünf Minuten? Scheiße, Leute, ich kriege euch nicht versorgt. Ernsthaft nicht? Ich muss ein paar Pots kaufen. Das Lücke ist natürlich mein Bestes. Die rennen mir jetzt hier die Bude ein und ich habe keinen Dope am Start. Was ist hier los? Ich glaube, die wissen, wo das gut ist. Nein, die hauen alle wieder ab. Nein, und ich kriege immer mehr Minus. 2% erst. Das nächste wird jetzt hier fertig. Komm, zack. Das muss ich alles natürlich wieder reinholen. Hallo. Bitteschön. Ich versuche mein Bestes, Kinder. Macht mich aber nicht bekloppt hier. Los, komm. Noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Hier können wir dann mal wieder eine neue Sämchen ansehen. Müssen wir auch gleich noch eine neue kaufen. So. Jetzt läuft es. Jetzt kommt es. Ja gut. Mit 18 Gramm. Das ist gut. Dann sollen sie jetzt noch mal hier noch ein Ballonkchen hinstellen. Warte mal. Irgendwo war das doch noch mit Rotation. Na, hier. Guck mal. So. Zack. Kann ich den hier vielleicht noch mal aufheben? Oh. Pinky ist auch wieder am Stad. Yeah. Da freust du dich. Gutes Dope Baby. Gutes Dope. Hau rein, Mann. So. Jetzt müssen wir hier echt mal. Ach, hab ich gerade angereift. So. Ähm. Zack. Wunderbar. Wenn es so weiter geht. Wir haben jetzt 24. 100 können wir lagern. Das kriegen wir hin. Wir sind auf jeden Fall schon mal Level 4. Level 4 ist gut. Level 4 ist gut. So. Ähm. Ach. Was mach ich denn? So. Zack. Und zack. Oh. Hi Opi. So. Moin. Yay. Obi. Hau rein. So. Meine Bananen sind hier fertig. Ah. Das Ding. Läuft. So. Jetzt geht mal hier nochmal. Zack. Das ist mein letztes Dope. Aber ich habe jetzt schon mal gut was auf der Tasche. Das ist eigentlich mehr als gut. Und. Das ist in 5 Minuten wieder was ready. Oh. Komm rein. Komm rein. Kannst rausgucken. Wunderbar. Jetzt retten wir mal hier nicht die Gude ein, doch. Haut rein, Leute. Das läuft. So. Okay. Und das ist fertig. Jetzt habe ich keine Samen mehr. Kaufen wir auch direkt mal was ein hier. Warte. Kaufen sich die Kamasutra, ne? Ich komme. Oh. Hi. Mutti. Alles viel. Zack. Zack. So. Wir haben Kamasutra am Start. Kamasutra dauert auch nur 2 Minuten bis es fertig ist. Ah. Hi. Hey. Machs gut, ne? Habs Spaß mit dem Zeug. Hau rein. Kommt ihr zu mir? Yeah. Komm, Dicki. Ich habe was für dich. Ja, Mann. Hau rein. Habt viel Spaß damit. Ja, wo bleibst du denn? Ich habe Populität immer noch bei 2%. Äh. 82 Gramm haben wir bis jetzt geerntet. Ich werde mir auch auf die, ganz schnell, auf die Schnelle, ähm, einen Stock zu legen. Vielleicht kann ich das jetzt schon kaufen. Hm. So. Der kostet 500 und wir brauchen Level 5. Oh Mann. Oh. Ich komme. Ich schluckte aber ganz schön viel Wasser. Nächsten können wir gleich schon wieder ernten. Moin. Hau rein, Kollege. Da, 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 da. Ich werde mir das hier noch mal alles schön gießen. Kommt ran. Kauf mal ein krasses Dope. Komm, ich weiß, dass du es willst, Mann. Oder Omi. Hier, Mutti. Komm mal ran. Komm ran. Mann. Mit der Opa vielleicht was? Ready for harvesting. Hey. So, läuft. Komm ran. Komm rein, komm zu Papa, Mann. Mann. So. Eine Minute. Ach komm. Wir können auch wieder Neues anpflanzen hier. Wunderschöne Kamasutra. Oh, da kommt jemand. Na? Tschau mal. Da kommt noch einer. Komm, kauft unser schönes Dope. Papa braucht Kohle. Na? Mach dir jetzt halt dieselbe Geste, oder was? Ich dachte, das war nur Japaner. Oder bist du Japaner? Lass mal eben gucken hier. Ne, du siehst mehr aus wie ein Nerd. Nerdy Nerd. Doch, kommt noch ein Kunde? Mach nämlich jetzt den Laden. Hm. Mach nämlich jetzt den Laden dicht. Okay. So. Aber gut, meine lieben Freunde. Ich hoffe, ihr habt immer noch Bock auf dieses Projekt. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Schreibt doch mal einen netten Kommi. Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und dann gibt es euch gleich ein. Oder man kann das wissen?